Du machst das, gell? Ja. Schaff ich schon. Da bei der Wand aufpassen. Direkt dahinter stehen an welche. Also direkt. Ein paar Meter dahinter. Jetzt ein bisschen zu viel Sperrfeuer. Sehr elastig spürens. Ich spüre einfach schnell auf Power Up. Bis ich meinen ersten Schild habe. Mit dem Schild gehe ich dann überlaugen. Mit dem Schild gehe ich jetzt überlaugen. Das ist ein Schild. Ich bin so schnell. Oh, ich bin so schnell! Da! Das ist ein Schild. Ob man davor immer so viel Ahrgibt? Von da drüben kommt einer. Ich hab da eigentlich jetzt der zweiten Ahrwort. Geh, so hat der Schüler nur noch einen Hint. Danke für den Teamkill! Los, 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 noch vorn, noch vorn! Ich hab den ersten Mal nicht drauf gemacht, wo bin ich? Bin bei dir! Das wäre perfekt, wenn ich jetzt den Schüttröger habe. Wenn man vom Teufel spricht! Ich hab den Schüttröger! Ich hab den Schüttröger! Ich hab den Schüttröger! Ich hab den Schüttröger in die Autos sitzen! Ich hab den Schüttröger in den Schüttröger in den Schüttröger. Ich hab den Schüttröger in den Schüttröger, wenn man weiß. Ich hab den Schüttröger in den Schüttröger. Ich hab den Schüttröger! Ja, da hat er die Dinger ab dabei. Das ist ein Wettbewerb. Ich weiß, was ich mochte. Ich weiß, wie ich noch was ich mochte. Du gehst kaputt mehr? Da ist es gern ein bisschen. Wenn ihr so drauf schießt, bringt euch das nichts, oder? Wenn ihr beide drauf schießt, bringt euch das nichts. Ja, die Power-Ups kriegt man da oben aber nicht, wenn beide drauf schießen. Es ist immer nur einer, der dreimal nacheinander drauf schießt, ohne dass... Das ist das Ding. Schießt da und ist nur ein paar Mal drauf. Ohne dass irgendwer dazwischen schießt. Bisschen langsamer. Da ist ein richtig langer Cooldown dazwischen. Hinter dir, Fenster! Fenster! Du hast schon ein Schild oder ein Röpelfeuer. Pass auf. Du hast schon ein Schild oder ein Röpelfeuer. Du musst dich schützen. Dass du über ihn lebst ja noch länger. Tschüss! Kommst du an! Wopala! Ränke, wir spank його! ... ... ... Das war's für heute. Ah, das ist ein Schuss der Truffung, so bin ich. Nicht drauf schießen, bitte, nicht drauf schießen. Du, 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 duer Ballett. Okay, bin bei euch, bin bei euch. Ja. Du, 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 du. Ja. Das ist aber nicht jedem vertrauen, der das sagt, gell? Ja. Das war schlecht, ich hätte es einen Plan, der zu viel zu intuitiv duckt, der ganze Beziehung aufsichtlich, ich glaube das war der dritte Fack, der Backe jetzt so hoch, das war nicht meiner Fack, der callt so gut, ich werde die Kurs, und die Position gebe ich nicht auf Ah, fucking Sponkel Nähe Ziele, mit die Westen Okay, wir sind auf jeden Fall ein guter Skatinger Team Ja, da schießt du ja immer irgendwer dazwischen, deswegen Weil immer 2 drauf ist, deswegen kriegt ihr nicht irgendetwas Danke für den Sponkel Ja, das war auch gefackt Das war's für heute. Ich muss doch keiner nennen, sonst joggen wir sind da Ich bin einfach sonst deswegen unwehe Okay, das tut Undenken Wenn mir doch eine Kalle, ich will mir weh Ah, Scheiße Scheiße, noch Lauf, wa? Ich muss spüren bis dahin Ich bin, ich bin, ich bin Hinter dir, hinter dir Spannkiller So So, ich schüsse bitte nähernd drauf, denke Zeig dir, was du die ganze Zeit machst Ah, fuck Gigi 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 Hier und der Kämpfer 2 3 2 3 2 3 4 5 4 5 5 11 5 4 Untertitelung des ZDF, 2020